Ja, mit 60 München kommt für mich die stärkste, spielstärkste Mannschaft der Liga. Nein! Doch! Oh! Echt oder? Neudecker mit Dressel. Ist das nicht! Boah! Boah! Das ist unglaublich! Boah! 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 Ich mach das nicht! Ich halt das nicht mehr aus! Oh! Oh! Ich brauche! Das ist auf der Nahrung. Wenn glatter, birthday, oder? Rend yield comment für Milan. Ich� ан pressure, irre plat. Richtig besser, oder? Der Mannschaft der Verteint Ochmerleiniger. Ein Mannschaft der Gesellschaft, auch auf dem Bundesinfarkt Moliner. Waldhof gibt niemals auf. Und du haltst die Fresse. Nee, nee, nee. So gewonnen, egal wie. Und dann trinkt man halbe Bier. Einerseits kann man sich ein bisschen amüsieren drüber. Auf der anderen Seite muss ich immer aufpassen, dass meine Mannschaft nicht so viel davon mitbekommt. Auf der anderen Seite muss ich immer aufpassen, dass meine Mannschaft nicht so viel davon mitbekommt. Und dann kann man sich einfach aufpassen, dass meine Mannschaft nicht so viel davon mitbekommt. Ich glaube, es muss ich immer aufpassen, dass meine Mannschaft nicht so viel davon mitbekommt. Untertitelung des ZDF, 2020